Hallo liebe Deutschlernende! Ich bin gerade auf einer Wanderung und ich habe einen semi-leisen Ort gefunden. Also so wirklich leise ist dieser Ort hier auch nicht und ehrlich gesagt macht es mir immer mehr Spaß, wenn es wirklich schön ruhig ist. Wenn ich ein Video mache und ich weiß, es gibt keine störenden Geräusche und so weiter, insofern ist es gerade für mich ein bisschen schwer, meinen Vlog zu machen. Ich finde einfach keinen ruhigen Ort. Aber ich denke, das sollte uns nicht davon abhalten, Deutsch zu lernen. Also es sollte mich nicht davon abhalten, dir Deutsch zu lehren, dir Deutsch beizubringen und das sollte dich nicht davon abhalten, Deutsch zu lernen, weil du manchmal auch mehr lernen kannst, wenn Hintergrundgeräusche, wie zum Beispiel dieses seltsame Geräusch, wenn Hintergrundgeräusche da sind, weil du dadurch lernst, besser zuzuhören. Und es ist wichtig, dass du dein Hörverständnis trainierst, nicht nur um der Sache selbst willen, nicht nur um besser verstehen zu können, sondern auch um selber besser zu sprechen. Denn je mehr du hörst, desto mehr kannst du selber sprechen. Insofern werden wir weitermachen mit dem täglichen Vlog und ich wünsche dir viel Spaß mit den Videos die nächsten Tage. Okay, viel Spaß. Bis dann!